Eine Gitarre, eine E-Bahn jetzt. So, schon mal vorbereitet. Da sieht man das auch nochmal. So, schon mal auf. So, das sieht man jetzt. So, da ist der Name. So, sieht man so besser. So, aber eine schöne kleine, ne? Jetzt nicht gedacht. Okay. Ist auch schön schmal. Wow. Nein, das ist ganz Fischmann. Das ist so eine E-Bahn ist. Aber, richtig schön schmal. Goldene Hardware. Hm. Der macht den guten Eindruck erstmal. Also feinjährig. Das ist ja nicht ganz so jetzt. Nehmen wir hin. Stripe Bindings. Das sieht man jetzt ja gut. Na gut, aber schau mal. Das sieht aber schön aus. Mit dem Schwarz. Und dem Mahagoni. Hier. Mahagoni Hans. Mahagoni Korpus. Rücken. Das sieht auch schön aus. Der Kabel ist noch dabei. Ja. Ist ja ganz nett. An sich, ne? Gut. Auch hier am Hals ist so ein weißes Binding. Schön gemacht. Ein Cutaway. Ja, und E-Bahn ist auf Klebe. Gut, weil es braucht. So. Na dann. Hören wir uns später mal an, wie die klingt. Zumindest sieht sie schon mal ganz gut aus. Okay. 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 Nope. Gut, bis dann. Amen. Amen.